Das ging schon eine ganze Weile so. Sie hatte seit einem halben Jahr Magenschmerzen. Und ihre Mutter, die ist mir total, die hat sie zum Kinderpsychologen geschickt. Das musst du dir mal vorstellen. Sie hat gedacht, die will sich vor der Schule drücken. Und naja, nach der Gastroskopie, da mussten wir dann drei Tumore entfernen, aber es war schon viel zu spät. Was, ich verstehe das alles nicht mehr. Wenn du erstmal auf der Inneren bist, dann ist diese ganze Scheiße vorbei. Lehrjahre sind eben keine Herrenjahr. Ich kann's nicht. Ich kann dir den Job nicht machen, okay? Das fällt dir nach neun Jahren aus. Ich kann auch nicht. Ich kann nur horror sein. Ich könnte, ich kann auch die blockeden. Komm, lass uns noch ein Papieren besorgen. Ich will nach Hause. Bitte. Ich will nach Hause. Ich will nach Hause.